Ja, daran hatte ich auch sofort gedacht. Eidos 7. Ah, wer bist du ja? Ich bin schon ganz aufgeregt. Kann ich ja aufbrechen. Da muss ich noch irgendwas holen. Was ist denn Kill Bill? Oh, Zui. Zui. Ah, Zui. Jetzt bist du aber... Hä? Jetzt ist aber kritisch, mein Freund. Wenn du die Filme nicht kennst. Ich bin schon. Er kennt die Kill Bill Filme nicht. So ein Ganover. Level Hills Cop drin. Netflix, okay. Ja, ich hab kein Netflix. Ich hab nur Prime. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Hast du da irgendwas machen können? Der ist ja U-All, die laufen doch nirgends mehr. Ja, das ist korrekt. Ich weiß gar nicht, wo mein Film hin ist. Ich hatte mal Kill Bill Volume 2. Oh, ich kann mich bald wieder in diese Furie verwandeln. Sollte ich mir vielleicht für schwere Bosse aufheben? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab nicht mehr. wieder die geheime vorratskiste der legion gut dass ich zurückgekommen bin ja aber dafür sind wir ja gut wir sind auch dafür ja von daher assassin's creed 5 Wie kommt man da hoch? Ah, da rüber Okay Hehehe Nein Boah, bloß nicht, Mädel Lukas, schau in den Himmel Da fällt etwas runter Ich frage mich, was das wohl ist Ich habe den Alarm zur Orbital-Explosion gar nicht gehört Okay Oh 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 Guck mal mal. Das hört... Das ist nämlich jetzt an meinen Augen eigentlich alles. Na! Du sollst dich doch einfach nur einmal runterfallen lassen. Und nicht... Ich hab nämlich keine Ahnung, was da unten ist. Aber Hauptsache, äh, ein Salto. Oh, es ist doch unglaublich. Lass mich halt so runterfallen, mir doch egal. Die 55 Gold waren's wert. Nicht wirklich, aber... Aus Prinzip. Da ist noch ein Mensch. Darf ich auch nach oben? Danke. Hauptsache, mit einem Salto aus dem Wasser springen. Wer kennt's nicht? Oh, das war's. Hier muss irgendwann noch ein Mensch sein. Den habe ich mir da oben gesehen. So, weg mit den Viechern. Ne, hier haben wir alles abgegrast. Hier, in dieser Richtung irgendwie. Also muss ich doch hier rüber. Die ganze Scheiße, um hier reinzukommen. Ich hab doch! Alter, das ist das Tutorial-Level. Unglaublich. Ja, aber irgendwie muss ich doch... Irgendwie muss ich doch an diesen einen Menschen rankommen. Das ist die Bibliothek. Francis hat mich, das Buch des Glaubens zu finden. Ja. Mal sehen. Das hier? Ein Einband mit einem eingravierten, goldenen Kreis. Gute Nacht, Zoe. Das Buch des Glaubens. Aus der Reihen. Das habe ich früher oft gelesen. Mal sehen. Deshalb möge Mother Spare's Wille geschehen, so wie Himmel, so auf Erden. Es ist alles eine Lüge. Wir wurden alle getäuscht. Nichts. Nicht die Monster haben uns getötet, sondern Mother Spare. Aber auch immer das ließ. Hör gut zu. Ich, Felix, ein ehemaliger Tiefgläubiger, verkündet dies. Mother Spare ist ein falscher Gott und ein lebendes Unheil, das uns vernichten will. Wurden die Worte etwa überschrieben? Es ist leicht, den Glauben zu bewahren, wenn man nicht kurz vor dem Tod steht. Nein, ich bin noch nicht fertig hier. Nee, der überschwemmt ein Teil von Eidos 7. Ich muss da rüber. Ich muss da rüber. Oh, komm schon, ich habe vergessen, diesen Teil zu öffnen. Das wird aber langsam schwach hier. Ich will jetzt erstmal ein paar Skill-Punkte ausgeben, das habe ich nämlich vergessen. Ich will ja auch schon durch. Tachi! Wie? Ist schon durch. So, Beta. Oh, mach Tachi ein bisschen, ne? Nippe anmett. Bin ich denn hier reingekommen? Oh, hab ich den ganzen Scheiß nicht aufgemacht? Naja... Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Sauhund. Ich hab auch geglaubt, du könntest ein bisschen mal, du Muschi. Ich hab dir in der Nest so kackt, Vogel. So, machen wir hier mal auf. Man weiß ja nie. So, machen wir hier. So, wo mit den Viechern? Okay. Warum ist doch schon wieder einer? Alter Schwede. So, machen wir hier. So, hier haben wir doch aufgemacht. Ja. So. Also, ja. Hier waren wir schon. Ich hab keinen Bock, dass der ganze Scheiß wieder respawnt. Oh, es gibt halt keine Karte. Das ist scheiße. Oh, komm, schau. Wie, die hatte ich vergessen. What the fuck? Hier falsch gelaufen. Und genau das hat mir jetzt mehr ein maximaler LP gegeben. What the hell? Oh. So, nennen wir mal mit hier. Omnibolzen. Supergeil, Omatico. Wie, da waren zwei Omnibolzen drin. Drohnen-Upgrade-Modul. Und aufgemacht. Perfekt. So. Oh, Mann. So langsam wird's aber langweilig, wenn die an jeder fucking X-Ecke rumeiern. So langsam wird's aber langweilig, wenn die an jeder fucking X-Ecke rumeier ist. Ja, komm, den mach ich jetzt auch noch platt. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Alter, da muss ich doch auch irgendwie hinkommen. Wo bleibt das Rettungsteam? Wir haben die Kommunikationsverbindung verloren. Ich habe geschworen, diesen Fraß nicht mehr herunterzuwirken. Wir müssen durchhalten, bis das Rettungsteam kommt. Der Körper braucht seinen Treibstoff zum Überleben. Okay. Er wollte irgendwas nicht essen, aber, naja, muttert muttert. Mieterkeulen. Mieterkeulen. Ein bisschen Kohle. Mieterkeulen. Jan extrazt. Mieterkeulen. Im Ich bin hier. Entweder habe ich hier extrem viel vergessen. Oder sind hier jetzt einfach Areale frei, die ich jetzt vorher nicht frei hatte? Kann ja sein. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt hier weiter? Ja. Beim letzten Mal konnte ich hier runter ohne Probleme. Ah, okay. Ist mir schön, was zu sehen. Na, hier muss ich jetzt nicht zwingend durch. Sollte ich vielleicht trotzdem mal machen. Ich habe viel zu viel Leben verloren. Oh. Hmm. Hm. Was hat es mit diesem Lager? Was hat es mit dem Haus 77 auf sich? Und warum schickt man ein Kind als Boten? Egal, ich muss das Steuergerät finden. So, will ich hier den ganzen Scheiß mal durchsuchen? Okay. Okay. Steuerungseinheit. Okay, mach ich. Ach so, ja, das ist hier über... Es steht hier unter Strom, das Wasser. Okay. 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 Sag mal, bin ich doof? Au. Sau, sack. und mach auf mädchen wow das programm funktioniert ja wirklich nicht mal ich konnte es knacken was zum da ja hat die person die hinter diesem programm steckt das abflussystem zerstört ich hätte nie gedacht ich hätte nie gedacht dass es noch so eine große steckst du musst wört Das war's für heute. Das war's für heute. Das hat mir jetzt nix gebracht. Naja. Oh Mann, ich fall aber auf jeden Mist rein. Oh Mann, ich fall aber auf jeden Fall. Oh Mann, ich fall aber auf jeden Fall. Na doch, wollen wir hier nochmal ein bisschen erkunden. Da ist aber ganz schön was los. Na ja, Vita-Coins, die brauche ich halt immerhin. Da ist doch wieder so ein Special Human. Okay, hier gab's Schnapp. Hier gibt's auch einiges zu entdecken. Die haben ja ganz schön große Dix-Boombs draus gemacht. Och komm schon, muss ich nochmal hier hin? Oh Mann, ich falle, ich falle, ich falle, ich falle, ich falle. Alpha-Alpha-Alpha-Alpha-Alpha-Alpha-Alpha-Gamma-Gamma, okay. Ich glaube, ich falle, 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 ich falle. Das war's für heute. so ich glaube gerade so ein bisschen ohne plan rum ich bin doch ausgewichen du wichser ich nehme mal so ein es hat nichts gebracht schade ich dachte da wäre noch was drin dafür dass wir aber schon relativ weit sind machen wir ganz schön wenig damage finde ich karotten elixier ja ja